Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal keine Chartanalyse und zwar fangen wir wieder an mit dem Wochenausblick. Wir hatten das ganze Thema ja schon vor einem halben Jahr glaube ich schon mal gestartet, da habe ich zwei, drei Videos gemacht oder so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Hab mir aber gedacht, komm wir starten einfach die Reihe von neun, weil doch immer wieder irgendwelche News im Umlauf sind bzw. keiner weiß wann die kommen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal diese Reihe wieder ins Leben berufen, indem wir uns einfach angucken, okay was steht diese Woche eigentlich an. Dafür nehmen wir einfach Investing, gibt es als App, gibt es natürlich auch als Website, wo ihr euch einfach die aktuellen Themen rausziehen könnt. Und die gehen wir jetzt mal so nach und nach durch, so von Montag bis Freitag oder je nachdem bis zu welchen Tag es halt wichtig ist. Schauen wir uns jetzt einfach mal für die laufende Woche an, welche Auswirkungen könntest möglicherweise auf Krypto haben, welche auf Indizes. Und wenn ihr darauf Bock habt, dass wir das jetzt einfach jede Woche machen, gerne unten in die Kommentare eure ehrliche Meinung dazu schreiben, ob das hilfreich ist. Ich werde natürlich alles in der Telegram-Gruppe, Link dazu unten in der Videobeschreibung natürlich auch alles nochmal ein bisschen kompakter dann einfach dazuschreiben. Anfang der Woche nochmal gucken, okay was ist wichtig, welche Daten sollten wir im Hinterkopf behalten. Aber wenn ihr darauf Bock habt, zeigt es mir, indem ihr ein Like da lasst, abonniert den Kanal, um auch generell nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch mit dem Montag. Und zwar fangen wir da an mit der Eurozone, mit dem Einkaufsmanagerindex, EMI, einfach um zu gucken, wie ist so die Gesamtlage momentan in der EU. Nicht nur die Inflationsdaten, sondern auch die ganzen Einkaufspreise von dem ganzen Gewerbe und so. Wie setzen die sich zusammen? Nach der Wichtigkeit, ganz ehrlich, wird hier auch immer bei Investing einfach dazu geschrieben, würde ich jetzt nicht immer unbedingt gehen. Teilweise ist da ein Stern, manchmal drei, obwohl es absolut unwichtig ist. Aber das gibt einfach so ein bisschen so das Leitbild ab von den ganzen Gewerbe, von den ganzen Firmen in der EU, wie so die ganzen Einkaufspreise auch im Endeffekt sind. Da werden jeweils, man sieht es hier, es werden Fragebögen an die jeweils 300 Einkaufsmanager und sowas gegeben. Könnt ihr euch gerne alles mal in Ruhe durchlesen. Aber da sehen wir momentan einfach, ist deutlich fallend. Also prognosemäßig haben wir eine Prognose von ungefähr 47,5. 48 war es vorher. Das heißt, theoretisch sollte es weiter nach unten hingehen. Sollte hier, sage ich mal, eine positive Überraschung kommen, könnte das natürlich auch zumindest in den Indizes ein bisschen was an positiven News im Endeffekt darbringen. Ansonsten schlechter ist vorprogrammiert. Das heißt, wenn es besser ist, könnte das wiederum deutliche positive Auswirkungen haben. Ist es natürlich schlechter, dann negativ. Aber eher so, sage ich jetzt mal, vor allem für den Euro-Raum, das heißt DAX und was weiß ich, was es noch alles für Indizes gibt. Also das ist eher so ein DAX, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so als wichtig an. Dann aber gibt es das gleiche auch nochmal für die USA. Im Endeffekt auch der gleiche Einkaufspreis-Manager-Index. Hier haben wir mittlerweile so ein kleines Plateau erreicht, so bei 51 Punkten. 52 sind wir momentan. Die Prognose geht sogar von einem bisschen schlechteren Einkaufspreis-Manager-Index aus. Müssen wir auch mal schauen, könnte dann wiederum Auswirkungen auf den Dow Jones haben, auf den S&P 500. Deswegen Montag fangen wir schon mal, sage ich mal, klein an, was zumindest minimale Auswirkungen haben könnte. Das können wir mal auf jeden Fall im Blick belassen. Aber momentan wenig Bewegung hier. Könnte natürlich auch wiederum die FED stützen in ihren ganzen Inflationsentscheiden, mit ihren ganzen Zinsentscheiden. Ob hier wirklich dann, sage ich mal, diese Trendwende kommt und die Wirtschaft immer noch sehr, sehr gut läuft im Endeffekt. Wichtiger ist dann aber wirklich der Dienstag. USA-Hauspreis-Index. Wir haben ja in dem, ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, der große Crash, der Big Short, wann lernen aus der Vergangenheit und so und was das für uns bedeuten könnte. Achtet nicht so wenig auf den Titel, sondern eher so auf den Inhalt. Und da haben wir auch schon über eben diesen Häuserpreis-Index drüber gesprochen. Hier seht ihr es, was das in der Vergangenheit für Auswirkungen hatte. Und da hatten wir zum Beispiel rückwirkend schon negative Auswirkungen. Das heißt, wie sehen die Hypotheken aus? Wie sehen generell die Hauspreise aus? Sinken die? Und da, das würde ich nicht unterschätzen. Wir hatten 2008 eben zu dem ganzen Crash damals oder bei der ganzen Finanzkrise, hatten wir auch einen negativen Hauspreis-Index. Es hat sich gezogen und gezogen. Alles war vorher positiv. Und dann ist im Endeffekt dieser ganze Hausmarkt in sich zusammengebrochen. Und das könnte natürlich auf längere Sicht sehr, sehr interessant werden auch, wie es im Endeffekt weitergeht. Also ich kann das hier nochmal ein bisschen rausziehen. Da seht ihr es auch hier, 2008 beziehungsweise 2007, 2008, 2009 absolut ins Negative gerutscht. Wir sind jetzt schon bei minus 0,6. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte das ein möglicher Vorbote sein, auch dafür, dass die Immobilienblase im Endeffekt in den USA zumindest Platz. EU beziehungsweise in Deutschland sehe ich das alles noch ein bisschen nicht so kritisch, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aufgrund Einwanderung etc. pp. Dass da jetzt unbedingt der Markt zusammenbricht, nur in den USA, hat man im Endeffekt nicht draus gelernt. Es gab billige Zinsen die letzten Jahre. Leute haben wieder wie blöde Immobilien und Sonstiges gekauft. Und das könnte dann wiederum wieder, zumindest in den traditionellen Märkten, wer weiß, ob sich das jetzt auf dem Kryptomarkt ausbildet, aber zumindest für die traditionellen Märkte einen ordentlichen Schock geben. Sollte dieser Preisindex deutlich, deutlich tiefer fallen im Endeffekt. Es gibt ja auch komischerweise keine Prognosen. Das hat man schön hier eingestellt. Im Endeffekt ist es rückwirkend für August. Aber sollte sich der Trend weiter fortsetzen, dass dieser Hauspreisindex weiter ins Negative fällt, das heißt, die Leute bleiben auch im Endeffekt auf ihren Hypotheken sitzen, auf ihren ganzen Krediten, die sie hier aufgenommen haben, könnte das zu enormen Schwankungen führen. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen und den explizit im Auge betrachten. Und das jetzt auch jeden Monat einmal angucken, weil das im Endeffekt Vorboten sein könnte für einen möglichen Immobiliencrash oder je nachdem, auch jetzt mit den erhöhten Zinssätzen und sowas, kann das wirklich sehr, sehr stark fallen. Wie gesagt, schaut euch einfach gerne nochmal dieses Video an. Ist auch ganz gut angekommen, so wie ich das gesehen habe. Werde ich vielleicht nochmal sowas in der Art machen. Aber das ist für mich Dienstag sehr, sehr entscheidend für einen möglichen Anzeichen, dass der Immobilienmarkt da im Endeffekt crasht. Aber, was man auch dazu sagen muss, könnte das dann früher oder später wieder dazu bedeuten, dass wiederum Geld gedruckt wird. Das wird wahrscheinlich genauso wie damals sein, explizit alles crasht. Der ganze Immomarkt, die ganzen Banken und sowas verzocken sich. Dann werden wieder neue Rettungsprogramme. Aber dafür ist es meines Erachtens noch zu früh. Aber man sollte es im Auge behalten, weil man, wie gesagt, es war lange absehbar, so ein Jahr vorher, bis dann wirklich im Endeffekt dieser Crash kam. Und dann, dazu muss ich eigentlich nichts mehr sagen, wie das im Endeffekt alles passiert ist. Aber das am Dienstag auf jeden Fall im Auge behalten. Um 15 Uhr werde ich dann auch, wie gesagt, nochmal in die Gruppe reinposten. Aber das könnte vor allem S&P 500, schauen wir uns das einfach mal ganz kurz dazu an, wenn wir schon dabei sind. S&P 500 könnte das Auswirkungen haben. Wir hatten zwar hier jetzt in der ersten Zone den ersten Bounce natürlich auch hier sehr, sehr schnell aufgekauft. Wir haben die kleine Ineffizienz hier gefüllt, beziehungsweise das kleine Gap. Aber sollten die ganzen News negativ sein, Einkaufspreis, Managerindex, etc. pp. Könnten wir uns dann wirklich hier unten noch so diese anderen Gaps, die hier vor allem noch in dem Bereich der 3.400 Punkte liegen, dann wirklich holen oder hier unsere letzten Tiefstände zumindest noch einmal antesten, beziehungsweise hier diese Support Zone, wo wir damals schon hier immer wieder Support gefunden haben am 0,5er Fibonacci Retracement Level. Also momentan, klar, wir hatten diese kleine Erholung jetzt in den Indizes. Trotzdem übergeordnet ist der Trend natürlich abnormal bearish. Zinshoffnung, beziehungsweise Zinswende. Wurde jetzt gestern auch schon, kam ja ein paar News. Also heute ist Samstag, wo ich das Video aufnehme. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute online bringe. Aber gestern kam ja schon ein paar Fett News, dass die 75 Basispunkte eingeplant sind in den Markt. Und danach wird schon spekuliert, ob man die Zinsen dann doch wiederum nicht mehr so heftig anzieht, sondern nur noch mit 0,25% oder 0,25 Basispunkten erhöht. Also da könnte das noch eine relativ spannende Woche werden, ob wir dann nochmal so ein kleineres, tieferes Tief sind, hier in diesem Bereich der 3.500, 3.400 Punkte möglicherweise. Und dann zur Fettsitzung eine Woche. Da gehen wir dann nächste Woche im Video nochmal näher darauf an, was das bedeuten könnte, dass wir da dann möglicherweise so eine kleine Trendumkehr sehen. Sollte sich es anbahnen, dass die Zinssätze doch nicht mehr so stark steigen, dann könnte auch hier möglicherweise zumindest ein vorläufiger Boden oder so eine kleine Jahresendrallye möglicherweise dann starten. Ja, soviel dazu. Dann am Donnerstag, habe ich mir aufgeschrieben, 27.10. Zinsentscheid der EZB. EZB eine Woche eher dran oder je nachdem später, je nachdem wie man halt dazu sagt, prognostiziert sind 2%, also auch hier eine Erhöhung um 0,75 Basispunkte. Und EU muss man alle sowieso ein bisschen vorsichtiger sehen, hat einfach den Aspekt, wir waren jahrelang auf 0%, sieht man auch hier im Endeffekt jahrelang keine wirklichen Zinssätze. Die ganzen Staaten wie Griechenland, Spanien, Italien, billige Zinssätze im Endeffekt, die leben von den Schulden, von niedrigen Zinssätzen, auch Griechenland. Wir hatten ja auch schon damals die Euro-Krise gehabt. Leben von diesem billigen Geld. Und umso höher natürlich auch hier die Zinsen erhöht werden. Klar, wir haben Inflationen wie Blöde, vor allem im Euro-Raum mit 10% oder 9,9%. Müssen die auch hier ein bisschen nachziehen. Die Frage ist, wie verkraften das die Staaten? Griechenland hängt dran, Italien hängt dran, Spanien hängt dran. Da hängen so viele Länder dran, die von dem billigen Geld im Endeffekt profitiert haben und nicht wirtschaftlich handeln. Und da muss sich die EZB vor allem sehr, sehr viele Gedanken darum machen. Das könnte natürlich auch Auswirkungen haben. Klar, diese 75 Basispunkte sind eingepreist. Sollten die natürlich niedriger sein, hat das natürlich auch wieder positive Auswirkungen auf den DAX, möglicherweise auch auf die USA, wobei ich das nicht so hoch gewichten würde. EU und USA kann man einfach nicht vergleichen, meines Erachtens nach. Aber da müssen wir auch nochmal drauf aufpassen, diese 2% oder diese 200 Basispunkte insgesamt auf die Erhöhung. Könnte auch am Donnerstag um 14.30 Uhr nochmal ordentlich Bewegung reinbringen. Dann, kurz danach, Donnerstag ist heftiger Tag. Dann kommt noch das Bruttoinlandsprodukt in den USA. Wie geht es der Wirtschaft? Sieht man halt da auch nochmal ganz kurz. Prognose, sehr, sehr positiv. Also man rechnet hier mit deutlichen Erhöhungen im Gegensatz zum zweiten Quartal. Da war noch das Bruttoinlandsprodukt, BIP, ist um minus 0,6% gefallen sogar. Jetzt rechnet man mit einem Wachstum von 2,1%. Also da sollten da die Erwartungen deutlich verfehlt werden. Und da lässt sich jetzt darüber streiten, ob das wirklich so war. Klar, wir sehen diese kleine Trendwende, 1,6% geschrumpft, dann auf minus 0,6%. Aber jetzt, sag ich mal, ein Sprung um 2,7% zu erwarten, ist dann schon wirklich heftig. Also da müssen wir natürlich wirklich darauf aufpassen, sollte das negativ sein. Die Wirtschaft heißt im dritten Quartal wieder geschrumpft. Wir hatten kein Corona mehr wirklich. Aber Inflation war noch höllisch hoch. Muss man auch dazu sagen, sollte das wiederum geschrumpft sein. Das könnte natürlich absolute Auswirkungen haben. Und dann kommen wir wieder hier, einfach um auf den Markt zurückzukommen. Wirklich hier in diesem Bereich der 3.400 US-Dollar, beziehungsweise 3.400 Punkte. Kann man sich dann hier beim S&P sehr, sehr gut vorstellen. Auch Nasdaq hatten wir auch schon das Thema. Wir sind ja hier in unserem Golden Pocket gebounced. Sehr, sehr wichtig, dass wir hier erstmal Support gefunden haben. Trotzdem, wir haben auch in dem anderen Video drüber gesprochen. Boden war beim 0,786er beim letzten historischen Crash 2008, beziehungsweise auch beim Covid-Crash sind wir am 0,78er damals rejected, beziehungsweise haben da Support gefunden. Also da würde ich es mal noch ein bisschen im Auge behalten. Hier noch so eine kleine Ineffizienz beim Nasdaq bei 11.488 Punkten, beziehungsweise Gap, sagt man ja in den traditionellen Märkten dazu. Das wäre nochmal so ein Bereich, den wir uns auch anlaufen könnten. Aber trotzdem, sollten die ganzen News wie der Einkaufspreis-Manager-Index sein, das Bruttoinlandsprodukt, der Häusermarkt negativ sein, könnte das nächste Woche absolut Gegenwind geben. Und wir gehen nochmal in dieses Golden Pocket, bilden hier vielleicht ein tieferes Tief nochmal. Und dann vielleicht zur Fettsitzung, dass wir dann möglicherweise so einen kleinen doppelten Boden bilden und dann eine kleine Jahresendrallye möglicherweise kriegen. Aber das wird auf jeden Fall nochmal heavy. Und was auch noch dazu kommt am Donnerstag, reicht ja nicht. Auch um 14.30 Uhr sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Prognose 223.000. Zuletzt waren es 214.000. Also da muss man, da wird schon so langsam, die Prognosen gehen schon langsam ein bisschen höher. Also wenn man so sieht, Prognose 203.000, 225.000. Jetzt sind wir schon wieder bei 223.000. Die Prognosen treffen momentan noch gut zu, beziehungsweise sind die Anträge deutlich, deutlich geringer. Aber lässt sich hier dann so langsam eine Trendumkehr einschalten, beziehungsweise erkennen, dann wird es kritisch. Und dann wird wahrscheinlich auch früher oder später die FED ihren Kurs dann wiederum umstellen. Es klingt makaber. Ich habe es in einem anderen Video schon gesagt. Es klingt wirklich makaber, wenn wir uns hier auf höhere Arbeitslosenquoten freuen oder höhere Arbeitslosenanträge freuen. Aber gut, so ist es im Endeffekt. So funktioniert die Wirtschaft, beziehungsweise wenn man in Krypto oder auch in Aktien investiert ist. Achtet man auf solche Szenarien. Der Arbeitsmarkt sieht absolut noch gut aus, trotz der hohen Zinssätze. Aber das könnte dann so langsam mal jede Woche einfach mal im Blick behalten, das Ende bedeuten. Die Prognosen gehen immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und irgendwann kommt die Trendumkehr. Dann gibt es mehr und mehr Arbeitslosenanträge und das sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten. Ja, das ist im Endeffekt so das Wichtigste für die ganze Woche. Die ganzen News, wie gesagt, ich werde euch das in meiner Telegram-Gruppe auf jeden Fall nochmal kurz und knapp Screenshots machen und das am Anfang der Woche einfach nochmal reinposten. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Ansonsten könnten wir nochmal ganz kurz auf den Kryptomarkt an sich gucken. Bitcoin heute zum Samstag bei 19.882 US-Dollar. Wenig Veränderung die ganze Woche. Wir befinden uns weiterhin in dieser Range im Endeffekt. Wir sind ausgebrochen aus dem übergeordneten Falling-Vedge. Trotzdem die dynamische Unterstützung, die wir hier einfach unten noch haben, die schon mal kurz zumindest auf Buy-Bit durchbrochen wurde, gibt einfach weiterhin den Ton an. Und ich denke nächste Woche durch diese ganzen News, die möglicherweise echt bearish werden könnte und das auch wiederum Auswirkungen auf die traditionellen Märkte haben könnte, könnte das ein Indikator auch sein, dass wir nochmal ein tieferes Tief bilden. Dafür schauen wir uns einfach nochmal ganz kurz den Binance-Chart einfach dazu an, mit ein bisschen weniger gekritzelt im Endeffekt. Ihr seht hier die dynamische Unterstützung, die hier momentan noch standhält und auch nicht unterschritten wurde. Das heißt, wir haben keine tieferen Tiefs auf Binance. Volumen nimmt so langsam hin ab, nachdem es extrem zugenommen hat. Aber trotzdem, dieses steigende Volumen, was hier in den Markt reingekommen ist, hat nicht geschafft, dass wir auch steigende Kurse sehen. Wir hatten zwischenzeitlich, klar, mal hier diesen Pump auf 24.000, knapp 25.000 US-Dollar oder auch hier nochmal diesen Peak auf 22.800, bevor die Inflationsdaten kamen. Aber an sich, dieses massige Volumen hier, was bei Binance reingekommen ist, hatten wir den ganzen Bullenmarkt nicht und hat auch nicht dazu geführt, dass wir steigende Kurse sehen. Und das auf jeden Fall im Blick behalten, sollten die News nächste Woche wirklich bearish sein. Bruttoinlandsprodukt, Hauspreisindex, Immobilienmarkt-Crash, der da möglicherweise kommen könnte oder sich langsam so andeutet. Sollte das kommen, dann sehen wir auch Bitcoin möglicherweise wirklich in Richtung der 11, 12, 13, 14k nochmal. Nächste Woche erst einmal wichtig, möglicherweise, möglich ist tief, bei ungefähr 17.500, wenn nicht sogar in die Region um 16.500, 16.800 mal im Blick behalten. Schauen wir uns auf jeden Fall dann mal an. Ansonsten, wie gesagt, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, kommt in die Telegram-Gruppe. Wir hören uns dann morgen oder übermorgen zu einem Video wieder, je nachdem, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich es hochläge hat. Wahrscheinlich eher Sonntag, dann hören wir uns wahrscheinlich am Dienstag wieder zu einer ganz normalen Analyse. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag oder Samstag, je nachdem, wie gesagt. Wie gesagt, abonniert den Kanal, Like da lassen, Kommentar gerne unten da lassen und wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.